Edda und ich, wir müssen jetzt nach Good Warwick, so, sonst geht da auch alles kaputt, das wollen wir ja nicht. Wo ist denn Good Warwick, das muss doch hier sein, da. Sechs Leute schon. Okay. Scheiße, da ist einer, ach du grüne Nonne, da ist ja einer mit einer Minigall angerückt. Okay. Scheiße, ich seh nix. Scheiße, ich seh nix. Scheiße, verflucht. Na gut. Scheiße, ich seh nix. Ich seh nix. Ja. 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 Scheiße, wo sind diese Lerle? Ich muss die Mini-Greine erledigen Ja, hol dir die! Sag nicht, du sollst da hinten hingehen, dummes Vieh. Ich bin umzingelt. Ich kann gar nicht, ich muss den Raketenwerfer einsetzen. Wo ist diese Scheiße? Scheiße, ich hab keine mehr. Beweg dich! Ah! Jane, entschuldige! Es war gut, dass sie die... Wo kommt der denn her? Entschuldige! Das war aber auch Rettung in letzter Sekunde, du! Ich hasse Raider. Ich töte sie, wo ich noch kann. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Das hätten die doch nie geschafft, wenn wir nicht gekommen wären. Mit einer Mini-Greine sind die angerückt. Echt, oh! Wer bist du? Ach, du bist June. Okay. Meine Güte! Was hat der denn? Quatsch verbessert. Kampfmesser. Jetzt müssen wir aber einsammeln gehen. Warte, wir gehen erstmal die weiter entfernten holen. Boah, das war ja wieder heftig. Ja, ist nicht leicht. Sag ich doch, dass das nicht leicht ist. Habe ich immer gesagt. Das ist kein Kinderspiel. Manchmal sieht das erst so aus, ne? Und dann auf einmal, da geht das richtig zur Sache. Was ist los, Aida? Komm! Wir müssen gucken, wo die sind. Die sind hier draußen ein bisschen verstreut. Und da liegt da einer. Raketenwerfer. Raketenwerfer. Und Maschinengewehr. Maschinengewehr. Äh, Gatling. Äh, Minigun. So. Das war echt letzte Minute. Und, äh. Und das bei dem Sauwetter. Jetzt bin ich natürlich wieder zu schwer. Wo ist denn, Aida? Komm her. Hey! Hier drüben. Na los. Mach, mach, mach. Komm, mach nicht so langsam da. Komm her. Mensch, Schmeier, ey. Willst du jetzt hier denn? Oh. Ja, aber echt, du. Du musst erst mal was haben. Warte, du kriegst hier ein paar Waffen. Sturmgewehr und Schlagring und Raketen. Oh, der hat sogar richtig Reichweite. Die Plasmagranate behalte ich. Das behalte ich auch. Die Minen behalte ich. Das behalte ich. Genau, wir haben hier sehr viel Leidungsstücke. Und die noch, so. Jetzt haben wir noch. Oh, ein paar Sachen hiervon. Das ist ja echt. Mittendrin sind wir gelandet. Das müssen wir unbedingt ändern. Oh, echt. Komm, wir sammeln weiter. Wir müssen hier, wir waren doch noch mehr. Waren hier nicht auch noch welche? Gucken, ob wir mit dem Licht was sehen. Aber, ja, wir sind höchstens eine Zielscheibe. Da hinten schwimmt einer. Aber ob wir da hingehen können, wage ich zu bezweifeln. Ja, ne, das ist auch zu tief für uns. Da kann ich nicht hin. Toter Fisch. Ah, ja, da kann man schon. Ein legendärer und ein legendärer und noch ein legendärer. Oh, wei, oh, wei. Raketen. Oh, der hat Raketen. Fünf Stück hat er. Wow, voll bestückt. Ja, das müssen wir hier abdichten. Das hilft ja gar nichts anders. Hier haben wir schon mal irgendwie angefangen, oder was? Das hat ja wieder nicht geklappt, weil wir kein Material hatten. Hier ist auch noch einer. Wer ist das? Pusionzellen. Pusionzellen. Raketenwerfer. Wow. Ist irgendwas kaputt? Nö, die scheinen eine heile. So. Okay. Das muss geändert werden. Wir haben da oben schon ein paar Plätten liegen, sehe ich gerade. Ja, eigentlich würden wir ja Tavik Boatshaus machen, aber uns bleibt gar nichts anderes übrig, sonst haben wir hier noch einen Angriff dieser Größenordnung. Also werden wir erstmal hier weitermachen und dann gehen wir wieder nach Tavik zurück. So. Äh, ich wollte das Licht ausmachen. Ich werde jetzt mal hier gucken, dass wir hier eine Art, ja, Brücke oder so bauen, ne? Das heißt, wir könnten eigentlich den Eingang am besten behaken, wenn wir das nicht zu weit vorstellen. Okay. Geht los. Ich werde hier mal versuchen, dieses Holz zu verwenden. So. Da mache ich zu. Und da hoffentlich auch. Ja. Ey, du stehst natürlich mal wieder im Weg. Wie üblich. So. Das können wir schon mal lassen. Obwohl das ja ein bisschen doof ist. Mal gucken, ob wir ein Stück runter kommen. Ja. Wenn ich jetzt so einnehme. Das ist zu weit oben. Ich möchte den eigentlich weiter runter haben. Das bringt nichts. Okay, dann lassen wir das so. So. Hier können wir ja auch noch Platten hinlegen. Die sind tatsächlich schlimm. Und. so. 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 überlege ich, ob wir hier noch ein Stück runter kommen. Dann. Was ist denn, wenn wir hier unten noch Holz dransetzen? Das kriegen wir dort nicht hin. Aber hier? Ach, hier geht es auch nicht. Äh. Und. Ja, ja. Das war doch gut. Gut. Und, äh. Das geht nicht. Was ist damit? Das geht nicht. So. Hier machen wir eine kleine Treppe runter. Damit wir hier anständig hinlaufen können. Genau. So ist es gut. Die Waffen werden auf der Höhe aufgestellt. Ich muss mal gucken, wenn ich von hier aus eine. Äh. Ich wollte den Boden haben. Da. Und dann eine Leiter. So. Und. Und. Geht das oder geht das nicht? Geht das nicht? Doch. Geht doch. Prima. Das passt wunderbar. Hier oben können wir auch Räume drauf bauen. Für neue Gäste. Hier sind zu wenig Leute. Die. Ja, wenn wir die hier hinstellen. Dann haben wir also hier so. Das ist mein Gedanke. Dann haben wir die Möglichkeit. Dann wird das schön behakt. Da unten. Genau. So lassen wir das. Ja. Gut. Da guck ich mal. Das wäre jetzt hier. Ja. Gut. Da guck ich mal. Da vorne muss auf jeden Fall. Da müssen die Waffen stehen. Das sind auch nur kleine sehe ich gerade. Die haben ja keine Feuerkraft. Hm. Ja. Noch einen. Noch einen bitte. Ja. 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 Bitte. Komm. Das war super gerade. Mach das Loch zu. Komm. Ja. Wenigstens das Loch noch. Komm. 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 Mach. 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 Dann haben wir aber hier eine Standfläche. Das ist prima. Genau. Hier können wir. Wir bauen doch erstmal hier vorne zu Ende würde ich sagen. So. So. Okay. Noch einer. Oder. Wir könnten. Betonklötze da unten reinsetzen. Gucken wie weit kommen wir denn über hier. Okay. Ja. Das ist schon zu viel. So. Ich überlege ob wir das Haus hier bauen. Wir bauen hier ein Haus. Und zwar. Und zwar. Ja. Aber wir müssen auch Platz haben. Für. Die Waffen. Dürfen. Wir dürfen nicht den Platz für die Waffen vergessen. Ich jetzt so. So. Dann hätten wir hier eine Glaswand. Und. So. Dann machen wir die Wand einfach weiter. So. Das geht wieder nicht. Moment. Wir dürfen nicht zu knauserig sein. Wir müssen hier noch einen halben hinterhängen. Mal. Es ist ein Scheiß wieder hier. So. Diese Wand kann dann nämlich nach hinten. Und hier machen wir noch so ein über Eck, dass man hier so querschießen kann. So wie da drüben. Genau. Und hier kommen jetzt nämlich Betonklötze drunter. Und wir nehmen dazu Standardklötzchen. Moment. Der muss raus. Ne. Der muss raus. Der muss rüber. Hä? Ach. Das ist ja auch ein großer. Halt. Komm. Dreh dich. Ach nee. Moment mal. Stimmt ja überhaupt. Wir haben ja. Äh. Da ist ja. da. Ja genau. Ja genau. Sehr gut. So könnten wir das lassen. dann. Was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Einen kleinen. Achso. Das war nur für den Anfang, ne? Und dann kommt hier noch. Wie rum drehe ich die denn mal? So rum. Äh. Ist gut. Genau. Dann kommen wir hier. Endlich. Es wird ja wieder gut. Die vernichten wir sofort. Und tauschen sie gegen stärkere aus. Auch hier werden wir aber nur diese hinstellen. Wir haben im Moment einfach. Weil da geht es ja auch noch um Kupfer. Wenn wir jetzt elektrisch machen. Wir haben sowieso schon so wenig Kram. Wir haben nicht mehr Problem. So, ich denke, zwei, vier, sechs, acht, zehn Stück. Das ist alleine Feuerkraft von 80. Dann machen wir das so. Ich werde die Treppe nochmal anders bauen. Wir brauchen eine Treppe, wo die Leute hochgehen können. Das könnten wir hier hin tun. Ach, die streiten sich schon wieder da. Nein, so, bitte. Und so, genau. Jetzt den und den. Moment, ich wollte die lange Treppe. Jawohl, das geht. Oder? Ich hätte noch eine bessere Idee. Was ist denn, wenn wir die hier? Ja, nö, das geht nicht. Die sollen hier runtergehen und dann da hochgehen. So. Das wird zugemacht. So. Hier kommt noch eine Platte vor. Und hier machen wir eine Tür. Und hier auch. Jetzt komm mal rüber hier. So. Aha. Moment, geht nicht. Okay. So, das kann ich hier nämlich auch rausgehen. So, wie weit sind wir denn jetzt hier? Ja, das ist ein bisschen weit. Wir nehmen eine wieder raus. Und, das passt, das müsste passen. Halt, nicht die. Die Zaun ist im Weg. Ja, der ist auch im Weg. Ja, komm, was ist los. Ich sag nicht, die Wand ist im Weg. Also, war der Liebe. Moment, da möchte ich den da hinhaben. Treppe kommt da hin. Machen wir das eben doch so. Es war eine weiter rüber gehen. Ja, passt doch. Treppe, bitte. Nein. Also, ran sollst du. Ja. Da muss ja auch noch einer hin. Das geht nicht. Der kann weg. Das geht doch auch nicht schlecht, oder? Aber, ja, doch, ging er noch. Oder hier. Können die nämlich da oben ausweichen. Ach, gelassen das. Äh, da müssen wir noch weiter runter. Das ist nicht weit genug. Ja. Perfekt. So. Das passt. Das mache ich gleich wieder zu. Und hier, da muss auch zu. Wir könnten von hier hinten noch einen Gang hoch machen. Dann können die nämlich sich nach oben flüchten. So. Und. So. Jawoll. Jetzt bauen wir hier noch einen Gang rüber. Leute, ich will die mal umdrehen. Weil, wir können jetzt hier nämlich auch noch Waffen draufstellen, was dir ja nicht schlecht ist. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, den Eingang total abzukoppeln. Also, äh, zu, äh, zu behaken. Wenn die nochmal hier mitten am Eingang, vorne am Eingang, wir sind ja echt mitten reingesprungen, ne? Das war ja wirklich, ne? Das war ja wirklich Pard. Wind. Ich glaub da, ne? Ja. So, jetzt haben wir schon 104. Schutz. Jetzt stellen wir da einen in die Ecke. Und da auch noch. Ja, hier werden wir in die Laufwege. Es sind nur Laufwege jetzt hier erstmal. Den Wohnbereich, den machen wir jetzt hier vorne. Und hier kommen die Werkstätten alle rein. Wir machen das nicht unten. Das ist zu gefährlich, da unten. Ja. Warte mal, kriegen wir denn das? Das ist jetzt so, oder? Ich hab ne bessere Idee, aber da kriegen wir nichts mehr hin. Ja, das lassen wir auf. Ach, da ist, äh, jetzt haben wir es. Also, das ist auch gut. Hier. Ja. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Treppe nach oben zu machen. Das müsste klappen, ja. So, dann gehen wir hier. Okay. Ich möchte eigentlich die Treppe da hoch haben. Ah, das geht vielleicht so rum. Ja, und? Ja, sehr schön. Das klappt. Wunderbar. So haben wir die Treppe nach oben. Theoretisch könnten wir dann hier sogar noch weiter hoch gehen auf dieses Gebäude drauf. Das wäre vielleicht sogar hier möglich. Ja, und da? Ne, da nicht. Hm. Äh, vielleicht noch. Ah, ich weiß, was falsch ist. Wir haben... Ähm... Was ist denn, wenn wir hier eine Platte hinlegen? Stehen wir nicht gleich im Regen. So, dann können wir das hier dazu machen. Äh... Jawohl. Und hier könnte doch eine Leiter darüber, oder nicht? Das müsste da eigentlich funktionieren. Und geht der nicht. Hier geht der da auch. Ah. Ups. Vielleicht, ähm... Vielleicht, ähm... Ähm... dann... Ja. Ja. Genau das. So, lassen wir das jetzt. Jetzt nehmen wir die wieder raus. Jetzt können wir hier nämlich, was wir denn die Leiter ansetzen. Das müsste eigentlich gehen. Genau. So. Wir nutzen die Möglichkeit, hier... noch was hinzustellen. Ja. Guck. Äh... Ja. Weil wir sind ja auch vorhin da rumgelaufen, ne? Also... Dann sollten wir das ruhig absichern. Ups. Der kann raus und quer rein. So. Wie sieht's aus? Ja. Ja. Oder... Hier kann man aber runterfallen. Hm. Wenn wir... Das ist so in der Kamen. Können wir das zu machen. Äh... Moment... Da. Aha. Ja, bitte. Bitte komm. Das ist gut. Dann kann man hier nämlich herumlaufen. Und hier hochgehen. Und dann überlege ich gerade, wo ist eigentlich die Burg? Die ist... Die ist... Ist sie da? Nein. Andere Richtung. Da. Die ist ja gar nicht so weit weg. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was wir machen. Wir stellen hier oben eine Artillerie auf. Ja. Wer weiß, wozu es gut ist. Höhe. Können wir die denn so direkt aufstellen? Oder... Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Das wird leider nix. Das wird nix. Okay... Okay... Da. Da. Genau. Und dort mache ich ein schmales hin. Mh... Ah, da konnte ich durch. Mh... Oh, das wird ja geschlickt. Schon wieder um. So, jetzt können wir hier aber runter gehen. Und supra.